Hallo, ich wollte mal ein Unboxing machen. Ich habe etwas bekommen, ein Paket. Ein korrektes Paket. Dann gucke ich mal, wie ich da vorgehe. Langsam, aber sicher. Langsam, aber sicher. Okay, das ist die Rechnung. Rechnung aus Österreich. Dann habe ich da noch eine Rechnung. Ja, da muss ich auch da gucken. So, mal sehen. Dumme MS da mit den Fingern manchmal. Das sind Robert Franz Produkte. Ja, mal sehen, wie kriege ich das Packen auf. Das ist interessant, dass ich diese Dinger, die Füllmasse, die kann man essen. Kaum zu glauben, ne? Guck. Hier kann man. Aha. Vitamin D3 für Gürteltiere. Sehr gut. Als Gürteltier muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht krank werde. Im Winter habe ich mit meinen Verwandten Gürteltieren keine Probleme gehabt. Ich finde das so eine geniale Idee von dem Typen da, der die Tierprodukte... Haha. Ich bin nicht dran gestorben. Also diesen Winter. Was heißt Winter? Nein, das ist ja kein Winter, aber diesen Winter habe ich überstanden. Ich habe keine Erkältung bis jetzt, keine Grippe. Ich lüge, vielleicht mal eine Stunde, mal leichter husten, aber sonst nichts. Also wunderbar, diesen Winter war perfekt. Ich habe viele Vitamine, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin D, Vitamin K2, Magnesium und etliches. Das werde ich dann irgendwann im April erzählen. Was ich auch noch gemacht habe, das zeige ich euch. Hier, das ist eine Terrarienlampe. Wupp. Diese lasse ich dann auf meine Wanze scheinen. Nackt natürlich. Aber ich will euch diesen Schock ersparen. Ich nehme es mit Humor. Also, dann schönen 27. Januar 2020. Bye, bye.